Hallo und damit herzlich willkommen zu dem ersten Video meiner Videoreihe. Heute beschäftigen wir uns mit der Geschichte des Computers. Es ging sehr früh los, 1642, von Blaise Pascal. Er entwickelte die erste mechanische Rechenmaschine. Sie rechente im Dezimalsystem und konnte lediglich Additionen durchführen. Sie wurde bedient mit sogenannten Lochkarten. Das sind einfach kleine Papierstücke mit Löchern drin. Und darüber erfolgte entsprechend die Eingabe. 1850 entwickelte George Boole seine boolische Aussagenlogik. Ihr magt euch jetzt vielleicht fragen, was hat das mit einem Computer zu tun? Naja, es ist der theoretische Grundstein dafür, wie man Operationen durchführt. Das werden wir später sehen, wenn wir uns mit Gattern beschäftigen. Wieso diese Aussagenlogik so wichtig ist und warum sie einen Grundstein für diese restlichen Entwicklungen darstellte. Speziell, wenn nicht mehr ein Dezimal, sondern ein Binärsystem gerechnet wird. 1936 entwickelte Alan Turing die Turing-Maschine. Die könnte euch auch aus dem Informatikunterricht bekannt sein. Die Klasse der Turing-berechenbaren Probleme, also die ist äquivalent mit denen, die ein Rechner, unabhängig davon, was das für ein Rechner ist, lösen kann. Sprich, euer heutiger Computer kann zwar schneller und benutzerfreundlicher die Probleme lösen, aber die Turing-Maschine kann in der Theorie jegliches Problem lösen, logischer Art. 1936 bis 1938 entwickelte Konrad Zuse mehrere seiner Z1 bis Z4-Computer. Das waren die ersten programmgesteuerten Rechner. Und sie funktionierten mit dem elektromagnetischen Relais aus dem Fernmelde-Wesen. Er eignete sich quasi aus einem anderen Gebiet einfach die Technik an, um dann auf seine Weise einen Rechner umzusetzen, der dann schon elektronisch und nicht mehr mechanisch funktionierte. 1945 entwickelt dann John von Neumann seine Neumann-Architektur. Sie beschreibt, wie grundsätzlich ein Computer aufgebaut sein musste, aus welchen Teilen. Darüber werden wir im nächsten Video genauer sprechen. Und 1950, ab 1950, wie man heute sehen kann, geht die Entwicklung der Elektronik immer mehr ins Kleine. Es gibt Nanotechnologien, die wurden weiterentwickelt und es wurden Anwendungsprogramme geschrieben, um diese Rechner nicht nur mit irgendwelchen Lochkarten oder durch Programme bedienen zu können, sondern wirklich benutzerfreundlich durch Anwenderprogramme, wie wir es heute kennen in den normalen Programmen, Word etc. Und das führte einfach dazu, dass sie kleiner würden, günstiger, vor allem massentauglicher. Früher waren Computer echt riesig, sie haben ganze Räume eingenommen und sie waren nur für sehr wenige Leute zugänglich und vor allem sinnvoll. Und sie wurden leistungsfähiger und insbesondere benutzerfreundlicher. Heutzutage kann nahezu jeder sein mobiles Endgerät in seiner Hosentasche benutzen. Im nächsten Video werden wir über die Neumann-Architektur sprechen. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Viel Spaß, danke fürs Zuschauen.